Plug Power steht vor einer interessanten Zukunft. Kürzlich betonte der CEO Andrew Marsh, grüner Wasserstoff könnte sowohl in den USA wie auch in Europa vor dem Durchbruch stehen und wettbewerbsfähig sein. Plug Power wird Schätzungen nach 2022 etwa 910 Millionen Dollar Umsatz erzielen. Also 80 Prozent mehr als 2021. Noch reicht dies nicht, um Gewinne zu erzielen. Auch 2023 wird Plug Power bei Umsätzen von bis zu 1,3 bis 1,4 Milliarden Dollar noch keinen Gewinn erwirtschaften. Die Börsen jedoch haben Plug Power zumindest als aussichtsreich identifiziert und schicken den Titel unter starken Schwankungen teils auf neue Mehrjahreshochs. Die Schwankungen werden sich allerdings fortsetzen.